Hier am Fuße des Limbergs findet ihr die Gärtnerei Friederich in Saßbach am Kaiserstuhl, die Kräutermanufaktur. Guten Tag liebe Kräuterfreunde, mein Name ist Klaus Friederich von der Gärtnerei Friederich, die Kräutermanufaktur in Saßbach am Kaiserstuhl. Ich heiße Sie herzlich willkommen in meinem Kräuterhaus, in meiner Gärtnerei. Hier finden Sie eine Vielzahl an verschiedenen Gewürzpflanzen, Heilpflanzen, Duftpflanzen in weit über 500 Sorten. Auch Gemüsepflanzen, Erdbeeren sind dabei, alle selbst angezogen in unserer Manufaktur mit Herz und Liebe von unseren Mitarbeitern großgezogen. Gerne bedienen wir Sie in unserem Kräuterhaus bei der Gärtnerei, aber auch in Freiburg auf dem Münstermarkt. Auch im Versand, wenn Sie Kräuter kaufen wollen, bestellen Sie einfach online. Sie finden uns überall. Unsere Kräuter sind auch bei vielen namhaften Gartenzentern hier in der Region oder in ganz Deutschland und Österreich verteilt.